Einen wunderschönen guten Tag und recht herzlich willkommen. Heute haben wir wieder etwas ganz Besonderes für Sie vorbereitet. Sichern Sie sich noch heute Ihren 2 in 1 Küchenschneider mit integriertem Schneidebrett. Ihr praktischer Küchenschneider vereint Messer und Schneidebrett in einem Gerät. Wie mit einer Schere zertrennen Sie Ihre Lebensmittel schnell und bequem. Ruckzuck schneidet die scharfe Edelsteiglinge festes Obst und Gemüse wie Karotten, Gurken, Äpfel und vieles mehr. Sie können außerdem mühelos Kräuter, Salat sowie Fleisch und Käse schneiden. Der Küchenschneider ist ideal für Salate, für Suppen und Obstsalate. Schneiden Sie Ihre Zutaten ganz bequem direkt in den Topf oder die Schüssel. So sparen Sie sich hinterher auch den Abwasch. Ihren Küchenschneider geben Sie zum Reinigen einfach in die Spülmaschine. Diesen und viele weitere spannende Artikel finden Sie auch bei PörlTV 4K UHD. Sie empfangen uns über Satellit in vielen deutschen Kabelnetzen und natürlich auch im Internet unter www.pörl.tv. Und jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß mit Ihrem 2 in 1 Küchenschneider.